Los geht's, liebe Zuschauer, konzentrieren wir uns wieder auf die Leichtathletik. Ich seh, da sind viele auch schon zurückgegangen, so ein Gebäude der Sportbotson. Bitte wieder mal vorkommen, bitte wieder abwecken hier eine große Showbiz. Wir sind jetzt schon aus den Bahnen rausgelaufen, haben sie hintereinander eingereist. Die erste von zwei Runden hier auf dieser 400-Meter-Bahn, 800-Meter-Der-Bahn mit Vanessa Sets, Österreich. Brenda Skellevi, Slovenia, Elisabeth Niederina, Österreich, Biamma, Metronina Koba, Jack Republic, Victoria Saurina, Eshamja, Medina Mennafase, Österreich und Kelly Rees, Großbritannia. Es wird mitgeklatscht, da kommen sie auf die Ziegelade. Und die Vorsczne sind Gloria Saurina, die Sie machen, wie sie sind. Wow, wow! Oh, acoustursal ist Grunia Saurina von Spanien. Es ist ein Neu-Ding-Versichern. Die Sischen ist Decken jetzt. Keine Entscheidung ist bisher gefallen. Drei sind auch ganz einfach zusammen. In diesem Achtung auf den Kanaus. Ja, Damen und Herren, Sie kommen gerne auf die Dich geraten. Und freuen sich schon, auf Ihren Applaus, liebe Zuschauer. Es ist der letzte Rumpf auf 150 Meter, die gut an richtig weht. Die Hände in den Waren in Europa-Schenchen. Und dann kommt es noch ein paar Eines-Krechtes für dich. Applaus! Amikki! Vielen Dank.